Cyberport präsentiert der D-Bot Slim Saugroboter von Ecovax Robotics. Staubsaugen gehört wohl zu den Aufgaben, die getan werden müssen, aber nicht wirklich Spaß machen. Wie gut, dass Ecovax Robotics praktische Saugroboter im Sortiment hat. Dieser Saugroboter ist speziell für Hartböden geeignet und mit 5,7 cm Höhe sehr flach gebaut. Dadurch passt der D-Bot Slim problemlos unter Ihre Möbel und reinigt schwer erreichbare Stellen für Sie. Der Roboter kann aber nicht nur staubsaugen, sondern auch wischen. Bringen Sie dazu einfach das mitgelieferte Mikrofasertuch auf der Unterseite an. Dank der integrierten Infrarotsensoren erkennt der D-Bot Slim Hindernisse und weicht Ihnen aus. Treppenstufen registriert der Saugroboter zudem mit Hilfe der Absturzsensoren. Die Steuerung erfolgt mittels der Fernbedienung, über die Sie den gewünschten Modus einstellen oder den Roboter auch manuell navigieren können. Es stehen Ihnen insgesamt drei Reinigungsmodi zur Auswahl. Im Automodus reinigt der Roboter geradlinig und wechselt die Richtung, sobald er auf ein Hindernis trifft. Mittels des Randmodus wird der Staub entlang der Wände oder Möbelstücke gesaugt. Und im Punktmodus entfernt der D-Bot Slim den Schmutz an einer Stelle. Der Akku ist 2600 mAh groß und sorgt für eine maximale Betriebslaufzeit von 110 Minuten. Aufgeladen wird der D-Bot Slim über die mitgelieferte Ladestation. Bei niedrigem Akkustand fährt der Staubsauger automatisch zur Station und wird innerhalb vier Stunden voll aufgeladen. Nehmen Sie sich Zeit für die schönen Dinge im Leben und überlassen Sie die Bodenreinigung dem D-Bot Slim Saugroboter von Ecovacs Robotics. Untertitelung des ZDF für funk, 2017